Odin! Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe von Orthopost bekommen und zwar ist meine bestellte Ladestation. Das muss ich jetzt mal wegpacken. Und meine Ersatzakkus sind jetzt da. Wollen wir jetzt mal auspacken, mache ich die mal weg. Ja, Mausi ist hier immer noch so rollig. So. Kam wohl in so einer Tüte daher. Und da sind sie. Von Uplink oder so. Habe ich jetzt bezahlt, eigentlich kostet es über 30. Ich habe jetzt 23, kriege aber dann durch diesen... Wie heißt das nochmal? Sparguthaben, weil ich schon ein paar Mal was bei Otto gekauft habe, um Anreiz zu geben, dass ich überhaupt noch was kaufe. Noch mal 10 Euro Rabatt. Also zahle ich jetzt 13 Euro noch was. Das ist ein NP-FW 50 Ladegerät mit Akkus. Hier haben wir schon einen Akku. Einen zweiten Akku. Hier haben wir dann halt noch eine Anleitung, die wir nicht brauchen. Und nochmal eine Karte, ob wir zufrieden sind, ob wir auch nicht brauchen. Eine deutsche Telefonnummer für Feedback. Also 0,940. Mit verschiedenen Enden für Deutschland, UK, Frankreich, Italien und Spanien. Schützen Sie Ihr Gerät vor Hitze. Also wir sollen vor Hitze schützen und die ganz normalen Sachen steht auch alle in Deutsch da. Das ist jetzt halt nicht über Strom so an sich. Das ist halt über USB. Aber einen Wandadapter habe ich noch. Das ist nicht so schlimm. USB habe ich auch hier noch. Außer USB. Ne. Ich habe gedacht jetzt USB-C. Aber leider nicht. So. Und das Gute ist halt, dass man zwei... Entschuldigung. Akkus damit gleich parallel laden kann. Der geht aber schwer rein. Na, so geht das wenigstens nicht schnell raus. Machen wir hier auch noch zwei Akkus. Ich habe mir extra mal die neue Cam hier schon hergeholt. Das wollen wir mal vergleichen können. Also das ist jetzt hier der Original Akku. Also gleich gebaut sind sie. Ich gucke gerade nur wegen der Power. 10.050 mAh und der Originale, der hat 11.000 glaube ich. Die steht so viel drauf bei dem Sony Akku. Und da sieht man wieder nicht durch. Nein, der hat sogar weniger. Der hat 10.020 Ampere. Also der hat 30 Ampere mehr. So. Ich halte euch die mal übereinander. Oben ist der Sony Akku. Unten ist der neue. Exakt gleich. Der Preis ist okay. Mehr als okay. Jetzt gucken wir mal, ob da noch Strom drauf ist. Und ob es passt. Slidet rein. Also es ist nicht zu dick. Kamera geht auch an. 8% Akku habe ich noch hier drauf. Ich habe aber das Gefühl, dass er ein bisschen dicker ist. Seht ihr? Es passt alles. Also es ist nicht so, dass es nicht passt. Und hier haben wir sogar 40% Akku drauf. Der Originale ist drauf. Ich habe gedacht, der geht ein bisschen leichter, der Originale. Habe ich mich hier irrt. Beim Original. Wie viel habe ich da jetzt mal drauf? 74%. Warum habe ich mir die jetzt geholt? Ganz einfach. Ganz einfach. Mit einem Akku komme ich nicht hin. Also ich kann im Schnitt laut Kamera, wenn ich in 1080p aufnehme, mit 60fps, so rund about 2 Stunden ein paar zerquetschte aufnehmen. Bei 4K ist es halt natürlich etwas weniger. Da ich hier Kabel nicht, also wenn ich jetzt so Aufnahme mache, ohne Kabel sein will und nicht immer hier umstecken will. Und auch für unterwegs, ich werde mir aber wahrscheinlich noch eine Kabellösung zulegen. Aber für unterwegs oder wenn ich jetzt hier wieder den Fernseher abfilmen muss für Geräte, die halt einen HDCP-Schutz haben, die würde man nicht, also Skybox oder was weiß ich, was man nicht abfilmen darf oder soll, aber man will das Menü halt zeigen oder ein Tutorial machen wegen Einstellung oder so, bin ich auf Akkus angewiesen. Und das ist meistens in 2 Stunden nicht gleich erledigt. Und 2 Stunden heißt nicht, wenn da steht, der nimmt 2 Stunden 30 auf, heißt das nicht, dass er auch konstant am Stück 2 Stunden 30 aufnimmt. Meistens ist es dann halt ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Kommt halt drauf an. Das habe ich jetzt bei dem Camcorder. Ich muss da erstmal gucken, wie es ist. Und deswegen jetzt zwei Ersatzakkus, also bin ich rund about, wenn wir jetzt mal von die halbe Stunde rüberfallen lassen, wenn sie mal an ist, aber nicht benutzt wird oder so. Weil ich gerade was umstellen muss oder so. Dann bin ich da bei rund about 6 Stunden, die ich aufnehmen kann. Damit kann man gut leben, würde ich mal sagen. Ich muss mir dann noch einen kleinen Akku, eine kleine Kameratasche besorgen für die Kamera, wo sie dann sicherer aufbewahrt ist, wo ich sie mir irgendwie beiseite legen kann. Aber das ist dann erstmal, soweit haben wir dann erstmal alle zusammen. Ich habe ja schon die ganzen Videos gemacht, ich mache gleich hier noch zum Standfuß was. Das wollte ich euch nur mitteilen, ich wollte mal gucken, ob es auch passt. Und für den Preis, denke ich, kann man nichts verkehrt machen. So, ich bin dann jetzt weg, ich werde sie jetzt auch testen. Mal gucken, vielleicht fällt mir ja oft, dass sie halt im Langzeitbetrieb halt nicht zwei Stunden halten wie die originalen, sondern eine Stunde oder so. Dann werde ich euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und das wird auch demnächst dann noch ein Fazitvideo geben. Oder ein Fazitvideo, aber wie habe ich alles angeschlossen, warum habe ich so angeschlossen und wo steht jetzt was und warum ist jetzt da welches und warum ist da der Netzteiladapter und hast du nicht gesehen. Da gibt es dann später noch ein Video. Ich bin immer noch ein bisschen dabei, mich mit der Kamera zurecht zu fuchsen. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Odin's Test.